Als Oberliga werden unterschiedlich hohe derzeitige und ehemalige Spielklassen im Fußball der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet. Außerdem trugen die höchste Spielklasse in der DDR sowie zeitweise die höchsten Spielklassen bis 1933 diesen Namen. 1945 bis 1963 Oberliga als höchste Spielklasse in der Bundesrepublik Die Oberliga war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 bis zur Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 die höchste Spielklasse im westdeutschen Fußball. 1945 wurde zunächst in der amerikanischen Besatzungszone die Oberliga Süd gegründet, die nach dem von ihr umfassten Gebiet bis dahin weitreichendste Spielklasse aller Zeiten in Deutschland. Nach ihrem Vorbild entstanden 1946 in der französischen Besatzungszone die Oberliga Südwest sowie 1947 in der britischen Besatzungszone die Oberliga Nord und die Oberliga West. Hinzu kam die Berliner Stadtliga im Rang einer Oberliga. Die Meister und teilweise auch die Wiesemeister der vier westdeutschen Oberligen sowie der Berliner Stadtliga spielten ab 1948 den deutschen Meister. Aus. Der Unterbau der Oberliga bestand ursprünglich aus den höchsten Amateurligen der westdeutschen Bundesländer, den Landesligen. Deren Meister in Aufstiegsrunden die Aufsteiger zur jeweiligen Oberliga ermittelten. Zwischen 1949 und 1951 wurde in den Bereichen der zwischenzeitlich gegründeten Regionalverbände West-Süd und Südwest jeweils eine Zwei-Division, auch Zwei-Oberliga oder Zwei-Liga genannt, eingeführt. Fortan wurden die jeweiligen Oberliga-Absteiger durch die besten Vereine der jeweiligen Zwei-Division ersetzt. Lediglich im Bereich des Regionalverbandes Nord wurden die Aufsteiger weiterhin durch eine Aufstiegsrunde der ersten Vereine der vier Landesligen ermittelt. 1963 wurden die Oberliga und die Zwei-Division zugunsten der neu gegründeten Bundesliga, für die sich je fünf Vereine aus dem Süden und Westen, drei aus dem Norden, zwei aus dem Südwesten und ein Verein aus Berlin qualifiziert hatten, aufgelöst. Die Oberliga-Vereine, die sich nicht für die Bundesliga qualifizieren konnten, sowie die Vereine der Zwei-Division wurden in die neu gegründete Regionalliga übernommen, die in den fünf Staffeln Nord-, West-, Süd-, Süd-, Südwest- und Berlin ausgetragen wurde. Das Hauptentscheidungskriterium, das über die Aufnahme in die neu geschaffene Bundesliga bestimmte, war die im Oktober 1962 vom DFB-Beirat beschlossene Zwölfjahreswertung. 1974 bis 1994 Amateur-Oberliga als dritthöchste Spielklasse Elf Jahre nach Gründung der Bundesliga und der damit verbundenen Auflösung der Oberliga wurde die Spielklasse 1974 im Bereich des Regionalverband Nord unter der Bezeichnung Amateur-Oberliga wieder eingeführt. Dort bildete fortan die Amateur-Oberliga Nord unterhalb der Bundesliga und der 1974 gleichzeitig anstelle der Regionalliga eingeführten Zwei-Bundesliga die dritte Spielklassenebene. In den übrigen Regionen Westdeutschlands stellte hingegen noch weitere vier Jahre die mit der heutigen Verbandsliga vergleichbare Amateurliga die höchste Amateurspielklasse dar. Erst 1978 wurde auch in den übrigen Regionalverbänden sowie in West-Berlin die Amateur-Oberliga eingeführt. Neben der Amateur-Oberliga Nord und der Amateur-Oberliga Berlin bestanden somit die Amateur-Oberliga Nordrhein und die Amateur-Oberliga Westfalen für den Bereich des Regionalverband West, die Amateur-Oberliga Hessen, die Amateur-Oberliga Bayern und die Amateur-Oberliga Baden-Württemberg für den Bereich des Regionalverband Süd sowie im Bereich des Regionalverband Südwest, die Amateur-Oberliga Südwest. Im Zuge der Eingliederung des ostdeutschen DFV in den nun gesamtdeutschen DFB als Regionalverband Nordost wurde 1991 die Amateur-Oberliga Berlin aufgelöst und die NOF-Oberliga Nordost mit den drei Staffeln Nord, Mitte und Süd eingeführt. Dabei ergab sich das Kuriosum. Da Stahleisenhütten statt als Verlierer des ostdeutschen FDGB-Pokalfinals im nun gesamtdeutschen Ligensystem nur in die drittklassige Oberliga eingegliedert wurde, wegen der Teilnahme des Pokalsiegers Hansa Rostock am Landesmeisterpokal aber gleichzeitig für den internationalen Europapokal der Pokalsieger qualifiziert war, in der ersten Runde unterlag der Drittligist jedoch Galatasaray Istanbul. 1994 wurde die inzwischen zehngleisige Oberliga durch die wieder eingeführte Regionalliga mit vier Staffeln als höchste Spielklasse im Amateurbereich abgelöst. Die Meister 1994 bis 2008 Oberliga als vierthöchste Spielklasse Nach der Wiedereinführung der Regionalliga im Jahr 1994, die zwischen der zwei Bundesliga und der Amateur-Oberliga eingegliedert wurde, war die Oberliga bis zum Jahr 2008 nur noch die vierthöchste Spielklasse im deutschen Spielklassensystem. Da es sich zudem nicht mehr um die oberste Spielklasse für Amateure handelt, wurde die Bezeichnung der Spielklasse in Oberliga verändert. Die Zahl der Staffeln der NOF-V-Oberliga wurde von drei auf zwei verringert. Die vormalige Amateur-Oberliga Nord wurde hingegen zunächst in die Staffeln Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen, Bremen geteilt. Erst im Jahr 2004 wurden beide Staffeln wieder zusammengelegt. Zur Regionalliga stiegen anfangs die sechs Meister der Oberliga Westfalen, der Oberliga Nordrhein, der Oberliga Hessen, der Oberliga Südwest, der Oberliga Baden-Württemberg und sowie der Oberliga Bayern direkt auf. Die Meister der beiden Staffeln der Oberliga Nord spielten bis zur Saison 2004-05 einen siebten Aufsteiger aus. Nach der Zusammenlegung beider Staffeln stieg auch der Meister der Oberliga Nord direkt auf. Zudem spielten die Meister der beiden Staffeln der NOF-V-Oberliga anfangs einen achten Aufsteiger aus. Ab der Saison 2005-06 wurde die Anzahl der Aufsteiger zur Regionalliga von 8 auf neu erhöht und es wurde den Meistern beider NOF-V-Oberliga-Staffeln ein Aufstiegsrecht eingeräumt. Die Meister-ANM Ende 2004 beschloss der DFB, dass ab der Saison 2005-06 anstelle der bisherigen Kennzeichnung am für zweite Mannschaften als Kennzeichnung das römische Zahlzeichen 2 zu verwenden ist. 2008 heute Oberliga als fünfthöchste Spielklasse Seit der Einführung der 3. Liga in der Saison 2008-09 ist die Oberliga nur noch die fünfthöchste Spielklasse. Darüber hinaus wurde die Anzahl der über der Oberliga angesiedelten Staffeln der Regionalliga von 2 auf 3 erweitert. Im Zuge dieser Strukturreform der überordneten Spielklassen kam es auch auf Ebene der Oberliga zu mehreren Strukturreformen. Auch wurde die vormals einheitliche Bezeichnung der Spielklassenebene als Oberliga zum Teil aufgegeben. An ihre Stelle traten oftmals regionale Bezeichnungen. Entsprechend wurden beispielsweise die vormals im Sprachgebrauch schon so bezeichnete Oberliga Hessen und die Oberliga Bayern nun auch offiziell in Hessenliga bzw. Bayernliga umbenannt. Im Bereich des Regionalverband Nord wurde die Oberliga Nord aufgelöst. An ihre Stelle traten die bisherigen Verbandsligen der untergeordneten Landesverbände, dies waren die Niedersachsen-Liga, die Hamburg-Liga, die Schleswig-Holstein-Liga und die Bremen-Liga. Im Bereich des Regionalverband West wurden die Oberliga Nordrhein und die Oberliga Westfalen zur NRW-Liga zusammengelegt. Der Meister und der Vizemeister der NRW-Liga sowie die Meister der Oberliga Südwest, der Hessen-Liga, der Bayern-Liga, der Oberliga-Baden-Württemberg, der Niedersachsen-Liga sowie die beiden Staffelsieger der NOFV-Oberliga stiegen jeweils direkt in die Regionalliga auf. Die drei Meister der Bremen-Liga, der Hamburg-Liga und der Schleswig-Holstein-Liga spielten in einer Aufstiegsrunde einen weiteren Aufsteiger aus. Vor dem Start der Saison 2012-13 fanden erneut Umstrukturierungen statt, die ihren Ursprung in einer gleichzeitig erfolgten erneuten Strukturreform der Regionalliga hatte. Die erst 2008 eingeführte NRW-Liga wurde wieder aufgelöst. An ihre Stelle traten nun wieder die 2008 aufgelöste Oberliga Westfalen sowie an der Stelle der 2008 aufgelösten Oberliga Nordrhein die bisherigen Verbandsliegen der ihr untergeordneten. Landesverbände. Dies waren die Niederrhein-Liga sowie die Mittelrhein-Liga. Gleichzeitig wurde die Bayern-Liga in die zwei Staffeln Süd und Nord aufgeteilt. Die Meister aller dabei neu eingeführten Oberligen sowie der Wiesemeister der Oberliga Westfalen besitzen seither ein direktes Aufstiegsrecht zur Regionalliga. Die Meister siehe auch. Übersicht Fußball-Liga-System in Deutschland. Einzelverweise. Einige Vorletzte und Letzte mussten sich über Relegationsrunden qualifizieren, Hiran scheiterten Eintracht Kreuznach und die Berliner Clubs Viktoria 89 und SC Tegel, die daher drittklassig wurden. Was der Pirmasenser-Titel mit dem BSC-Abstieg zu tun hat. Dieter Buchs Eine Geschichte mit Spätfolgen Generalanzeiger Bonn Juli 2001 abgerufen am 11. Februar 2013 17. 20. 10. 19. 20. 23. 21. 22.